Aber eben, und das wissen viele vielleicht noch nicht so genau, auch durch die Protein-assoziierten, also S-Protein-assoziierten Impfstoffe wie das Nuvoxavid eine Myokarditis-Gefahr ausgeht. Nun gibt es ja noch die Möglichkeit des Totimpfstoffs hinsichtlich des Ganz-Virus. Also wir reden von VLA-2001. Und dieser Impfstoff scheint nun gar nicht mehr zu kommen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Wochenvideo und heute möchte ich Ihnen noch einmal etwas über die virale Myokarditis, also über die Herzmuskelentzündung bedingt durch einen Virusinfekt, mitteilen. Dabei geht es darum, was man machen kann, präventiv oder auch wenn man den Infekt schon hat, was es da diesbezüglich hinsichtlich Coenzym-Q10 und einem weiteren, die Beta-Oxidation hemmenden Medikament für Erkenntnisse gibt. Und in diesem Zusammenhang können wir auch noch einmal ganz kurz über das Thema Impfung gegen Corona sprechen. Wenn Sie das interessiert, bleiben Sie dran, gleich geht's los. Ich nehme Sie mal mit hier in einen Artikel und es heißt die Wirkung von Coenzym-Q10 plus Trimetazidin auf die Behandlung einer akuten viralen Myokarditis. Und man hat eine Kontrollgruppe genommen, das ist die, die das Coenzym-Q10 bekommen hat und man hat eine sogenannte Verum-Gruppe, die bekommt das Coenzym-Q10 und das Trimetazidin, welches die Beta-Oxidation hemmt, also die Fähigkeit der Zellen aus Fettsäuren Energie zu gewinnen. Das macht man deswegen, weil das Fett energiereicher ist als Zucker und weil bei der Fettverbrennung mehr oxidativer Stress entsteht als bei der Zuckerverbrennung. Und insofern ist es von Vorteil, wenn man bei entzündeten Herzen die Fettverbrennung reduziert. Und das hat man mit diesem Trimetazidin getan. Und dann hat man hier 156 Patienten genommen zwischen Februar 2018 und 2019 und hat in einem Krankenhaus in der Universität Chengdu für traditionelle chinesische Medizin geschaut, welche der beiden Behandlungsmethoden am besten wirkt. Und die Kontrollgruppe A mit 72 Teilnehmern bekam nur Coenzym-Q10 und die Kombinationsgruppe mit beiden Präparaten umfasste 84 Teilnehmer und war dann die Kontrollgruppe rauskam. Beide Medikamente zusammenbringen mehr als nur eins, aber die Verbesserung gegenüber nichts tun war 67,8 Prozent, wenn man nur Coenzym-Q10 nahm und 90,5 Prozent, wenn man beides nahm. Das bedeutet, an die Beta-Oxidationsherrung kommen Sie alleine nicht dran, an das Coenzym-Q10 aber sehr wohl. Und wenn Sie sich erinnern an die anderen Coenzym-Beiträge, die Sie schon auf meinem Kanal finden und sich die vielleicht nochmal anschauen oder auch in den Newslettern dazu schauen, dann haben Sie eine Möglichkeit, wie Sie nicht nur mit den bekannten Dingen von Vitamin D und von Tocotrienolen und von anderen antioxidativen Vitaminen und Aminosäuren, die sich auch mit Glutation beschäftigen, sondern eben auch ganz gezielt mit dem Coenzym-Q10 schützen können. Warum ist es wichtig, in diese Richtung zu gehen? Wir werden noch längere Zeit mit Viren unser Leben lang zu tun haben und wir werden sicherlich auch von Corona begleitet werden. Wir haben neue Subtypen, die gerade aus Portugal zu uns rüberschwappen und sicherlich mit den Urlaubsreisenden das auch ein bisschen schneller schaffen wird, als es alleine geht. Und wir sehen, wir haben deutliche Verdoppelung dieser Unterarten jede Woche, aber wir erhören erfreulicherweise nichts Besonderes Schlimmes davon. Nun ist es ja so, dass wir auch wissen, dass von den Impfstoffen, mRNA-Impfstoffen und Vektor-Impfstoffen, aber eben, und das wissen viele vielleicht noch nicht so genau, auch durch die Protein-assoziierten, also S-Protein-assoziierten Impfstoffe wie das Nuvoxavit eine Myokarditis-Gefahr ausgeht. Und ich habe hier mal für Sie geöffnet, die Myokarditis durch Nuvoxavit aus der Pharmazeutischen Zeitung vom 08.06.2022. Und da wird also beschrieben, dass die FDA bereits in der Zulassungsstudie, nämlich Phase 3-Studie, an der 46 Probanden teilgenommen haben, sieben Fälle von Myo- und Perikarditis hatte. Und sechs davon nach Impfung und einer nach Placebo-Injektion. Wenn man also jetzt 46.000 durch sechs teilt, kommt man auf ungefähr 7.666,66 Periode Teilnehmer. Und das ist eine Belastung, die dem der mRNA-Impfstoffe, je nachdem, welche Studie man gerade nimmt, sehr nahe kommt. Denn dort liegt das Ergebnis ja zwischen 5.000 und 7.000 pro Impfung. Der mögliche Kausalzusammenhang wird also durchaus gesehen. So traten in fünf Fällen innerhalb von zwei Wochen nach der Impfung bereits diese Myokarditis auf. Und es ließ sich nur bei einem Patienten dieser sechs eine alternative Ursache ermitteln. Und die anderen vier Komplikationen betrafen wieder mal junge Männer. Also eine Gruppe, die auch bei den mRNA-Vakzinen das höchste Risiko für Impfnebenwirkungen hat. Und es gab eine Post-Marketing-Analyse. Das ist ja das, was es auch bei den anderen Nebstoffen gibt, die aber nicht unbedingt jeder Mann zugänglich oder vom Inhalt her bekannt sind. Und in dieser Post-Marketing-Analyse kamen weitere Myokarditis-Fälle raus, sodass der Autor hier der pharmazeutischen Zeitung der Meinung ist, dass unter Umständen das Risiko für Myokarditis bei der Nuvoxavit-Impfung höher ist als bei den mRNA-Impfstoffen. Und insofern hätten wir hier fast Pari-Pari. Nun gibt es ja noch die Möglichkeit des Totimpfstoffs hinsichtlich des Ganz-Virus. Also wir reden von VLA-2001. Und dieser Impfstoff scheint nun gar nicht mehr zu kommen, denn wie ich heute Morgen am 13.06. im Newsletter fand, will jetzt die Firma selbst, die Firma Valneva, in einem Interview mit ihrem CEO von dem Vertrag zurücktreten. Denn die angekündigte Menge, die die EU abnehmen wollte, wurde nun drastisch gesenkt, sodass die auch schon vielen produzierten Impfdosen bezogen auf die Entwicklungskosten und die Weiterentwicklungskosten, da ja auch im nächsten Jahr dieser Impfstoff weiterentwickelt werden soll, nicht über die garantierte Absatzmenge refinanzierbar sind. Und da es sich hierbei um ein mittelständisches Unternehmen handelt, was über keine so großen Reserven verfügt wie andere Firmen, sieht sich dieses französisch-österreichische Unternehmen sozusagen fast gezwungen von dem Vertrag mit der EU zurückzutreten. Denn 24 Millionen Dosen sollten gekauft und verkauft werden und sind jetzt auf eine Größe von nur noch eine Million eingeschränkt. Und das führt dazu, dass wir wahrscheinlich alle, das sehe ich ja sowieso nicht, denn ich bin ja schon über 55 Jahre alt, dafür ist die Zulassung ja noch gar nicht da, aber alle anderen jungen Menschen, die mit dieser Myokarditis-Gefahr konfrontiert werden, wohl nicht die Gelegenheit bekommen, auf diesen Impfstoff zugreifen zu können. Wissenschaftlich ist mir das momentan nicht nachvollziehbar, aber Sie sollten es wissen, denn des Volkes Wille soll ja eigentlich darüber entscheiden, was gemacht wird. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.